EA Sports. It's in the game. Ja, eine Ersatzmannschaft mir sozusagen geholt. Und da sehen wir uns noch mal Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Frankfurt. Wollen wir mal loslegen. Heute mit ein wenig ausgelaugten Spielern. Oh, das war gleich hier ein schöner Fehlpass über 80 Kilometer Entfernung. Oh. Ja. Low Forest, Low. Low Forest. So, heute möchten wir den Anspruch haben, mal ein paar Punkte zu machen, oder? Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Das gibt's ja nicht. Ich wollte ihn schicken nach vorne. Das heißt, ich hätte geschossen nach vorne hin. Und was macht er? Er schickt ihn nach hinten. Oh Mann. Wahrscheinlich drüge ich immer irgendwas Falsches. Dass das alles nicht so direkt funktioniert. Oh, da sehen wir. Schuss. Abgewehrt. Eieieiei. Und nochmal rauf. Sehr gut. Und nochmal. Go, 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 Martins. Ah, so ein... Ich wurde da zu stark bedrängt und dann zu doof im Kopf. Ja, auch noch ein Foul von mir. Ich glaub's ja nicht. Wieso zeigen die das schon abseits an? In der Entfernung? Sehr gut. Und jetzt ziehe, zack, ab nach vorne. Auch gut, auch gut. Kittel. Also erst mit den Pässen hab ich einfach nicht drauf. Ich hab's einfach nicht drauf mehr. Ich hatte es noch nie drauf. Keine Ahnung. Das war richtig ätzend. Also ich hab so schön die Pässe schon mal hingekriegt. Besonders solche Dinge. Da hab ich einfach locker Dreiecke drückt und dann... Okay, wir versuchen's ein bisschen direkter. Alter! Beruhig dich, beruhig dich. Du schaffst es. Okay. Das klappt doch schon. Sehr gut. Zu lange. Ich möcht mich schlagen. Keiner kommt ran. Es kann doch nicht so schwierig sein, da ein Tor zu schießen. Das klappt einfach nicht. Wie die Pässe. Ich kann keine Pässe spielen. Ich sollte es einfach nur mit schießen. Direkt versuchen. Also ich sehe keine Option, mit dem Passen da noch irgendwie durchzukommen. Und das nach 28 Minuten. Zack. Sehr schön. Und weiter, und weiter, und weiter, und weiter. Schönes Ding. Martins. Endlich. So, ich hab eben gerade einen Pommendöner gekriegt. Ich muss mal hier kurz reinschauen. Es trieft ein bisschen Fett raus. Was sagt ihr zu Pommendöner? Gute oder nicht so gute Erfindung? Hm, ja. Hauptsache das Fleisch bleibt, wird es noch heiß. 60 Minuten muss ich hier noch warten. Da muss ich ein bisschen nach hinten rumspielen. Dann geht es vielleicht schneller. So. Ja. Ihhh. Sehr gut. Ah. Schöner Schuss, Martins. Aus 80 Kilometer Entfernung. So wollte ich das eigentlich mal sehen. Mmh. Oh. Mist, er hat mir ein Stück Fleisch runtergefallen. Verdammt. Mist. Müsste ich nur noch wissen, wo das ist. Okay, 36 Minuten. 2 zu 0. Und, wie wir gesehen haben, geht es auch ohne Pappen. Wie gesagt, nur noch nur mit schießen. Jetzt ist mein Stick ein wenig verschmiert. Martin, setz dich durch. Komm. Ja, wir schaffen es bestimmt noch ganz gut in die zweite Halbzeit. Schön mit einem gemütlichen 2 zu 0. Hoffe ich zumindest. Wie es ist, haben wir jetzt im Vergleich zur vorherigen Folge schon mal ein Tor geschossen. Oder zwei. Sehr gut. Mist. Mist. Ich weiß nicht, wo das Stück Fleisch gelandet ist. Ja, wie gesagt, Pondöme, äh, Pondböme. Meine Güte. Pondöner ist eigentlich sehr lecker. Bei einigen kriegt man auch noch ein bisschen Salat dazu. Was ist eure Meinung? Wie findet ihr Pondöner? Finde eine sehr gute Alternative zum normalen Döner. Obwohl normaler Döner noch ein bisschen besser ist, weil ich mag das Brot eigentlich gerne. Aber naja, wenn man nur Fleisch will und, äh, bisschen Soße und so. Zartiggi. Dann kann man das auch so machen. Einfach nur Pondöner. Und ein bisschen Pommes natürlich, ne? Das ist ja... Ei. Erste Halbzeit vorbei. Yay. Und, äh, ich mach hier einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Joa, da bin ich auch wieder. Frisch gestärkt. Ähm, ich konnte irgendwie leider nicht das verlorene Stück Fleisch finden. Wie auch immer. Die Fortuna hat ausgewechselt. Nach 45 Minuten zwei Spiele sogar. Okay. Müssen wir wahrscheinlich auch gleich machen. Weil, ja, unsere Spieler sehr kaputt sind. Also das finde ich schon relativ, äh, krass, wie das hier bei FIFA ist mit, ähm, ja, mit der Ausdauer. Sehr schön. Daxler. Oh, der kam sehr weit. Da wollte sich Martins richtig reinkloppen. In den Gegner. Ähm. Ja, ein bisschen geht noch. Wir wollen natürlich nicht, äh, zu weit das treiben, dass die dann nachher sich noch verletzen. Erstaunlicherweise, äh, haben sich unsere Spieler in dieser Saison noch nicht so verletzt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also, ob ihr schon viele Verletzungen hattet. Ich hatte bisher Glück. Im Gegensatz zu 2012, ähm, da hatten wir im Prinzip jede Folge. Die übliche, äh, ja, wie war das nochmal? Der, äh, der übliche Achillessehnenriss. Den hat man ja immer mal wieder. Ach, schade. Und. Einer rauf. Der Fahrzeughalter mit dem Kennzeichen KI 37 B 15. Das ist aber kein Kennzeichen hier aus Deutschland. Keine Ahnung. Äh, möge bitte, ähm, sein Fahrzeug aus dem Halteverbot befördern. 58. Minute. Huch. Ah. Oh, Mist. Zack. Reingeklatscht. Kittel. Kittel. Der Kittel macht's. Da sehen wir's. Zack. Schön reingeschlagen. 0 zu 3. Ja, meine Güte, heute läuft's dann doch gleich mal besser. Obwohl am Anfang auch leichte Schwierigkeiten da waren. Rann. Ah, aus. Okay. Und da ist es, äh, abseits. Ja, sehr schön. Gut. Ab nach vorn. Boi. 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 mit dem bälle annehmen da bin ich nicht so gut drin kann man irgendwie drücken dazu hier was irgendwie dazu mit r3 oder was bei ps mit r3 ich glaube da muss man hier irgendwas anderes anderes drücken den haben wir ja sehr der reingeholt das ist unser anderer ersatz torwart ist gar nicht der ist auch gar nicht so stark es ist vielleicht gar nicht dann mal so schlecht dass wir vielleicht eben nehmen richtig schön in die mitte schade aber wir sehen dass das barometer zeigt an ist alles noch in ordnung also ich führe 3 zu 0 da kann auch gerne mal was schief gehen oder mal nicht ganz so gut klappen schade ich denke ich da gerade gehofft ihn abziehen zu können also richtig schön damit habe ich nicht gerechnet dass der ball da so auf die füße kommt ok rauf 10 minuten ah da fällt mir was auf teammanagement ich wollte doch nicht übertreiben ja doch ist so gut für martins hoffer trapp erholt sich gerade noch einen können wir machen draxler da holen wir ihn nur hier rein ach du meine güter probiert er denn da da muss einmal komplett ausgewechselt werden martin lahnik da sehen wir noch mal da kommt die flanke ja ganz knapp also die fortuna kämpft aber weiß irgendwie nicht so recht damit umzugehen nein da wird er jetzt übermütig und will kurz zu spielen und haut rein ich glaube sie nicht 3 zu 1 ja wenn man so in führung liegt dann kann man leicht schläfrig werden es kann natürlich auch gerade dann liegen dass ich pommdöner gegessen habe muss eigentlich nur noch mich ausruhen möchte und jetzt kriege ich noch mal zwei tore rein oder was ok ne ne das schaffe ich jetzt hier nicht noch mal einen drauf zu setzen aber wir können auch versuchen zumindest das spiel schön jetzt noch um die über die zeit zu bringen oh nein nicht so ich wollte gar nicht so weit flanken noch nicht ganz in die richtung jetzt mache ich selbst noch mal spannend jetzt macht das noch mal spannend 90 minuten um der schiedsrichter darf doch bitte mal hier abpfeifen abstoß letzte gelegenheit hier noch mal für ein türchen pfeift er ab ja vorbei 3 zu 1 gehen wir hier gegen die fortuna zack sehr schön gemacht die haben keine gute noten kriegen können kittel mit einer 9,6 das freut mich für den jungen baut scouting exek auf nächsten drei monaten jau alles gut bundesliga weiter und wir spielen wieder gegen bremen und die verunsichern wir mal die bremer ist das wieder bundesliga müsste ne ja bundesliga bremen auf platz 15 die befürchtung ist wirklich wichtig für uns deshalb bin ich der meinung dass es wäre besser wenn ich anstelle von öse spielen würde ich hoffe sie stimmen mir dazu ja stimme ich sehr zu ich habe noch extra nicht geschont im letzten spiel mein freund oh ja die sind alle wieder fit das heißt ich werde hier gleich noch mal auf screen die mannschaft ordentlich aufstellen und wir sehen uns dann gleich gegen den es vor weiter bringen wieder tschüssi